Glaubst du an Elfen? Bist du wirklich bereit, sie zu sehen? Dann sprich das uralte Elfen-Ritual. Sprich es draußen, wo dich niemand stört. Mach die Augen zu. Es wird nur dann funktionieren, wenn du das Gras atmen und die Blumen singen hören kannst. Ich glaube an Elfen und bin bereit, sie zu sehen. Ich bitte euch, zeigt euch mir. Du kannst mich wirklich sehen? Du hast es geschafft! Nach Liliane Susevin, das neue Kinderbuch der Bestseller-Autorin Tanja Stäfner.